ja Hallo und herzlich willkommen meine lieben Gaming-Heilig Freunde ich bin Fabian und ja Let's go Nee Hey doch Hör auf du bist am schlafen Ich hab dich alle hier abschlafen Oh nee Oh nee Ich komm's wieder wieder Nee Und ich wollt grad WM gucken Äh EM Um diese Uhrzeit Ja Die Wiederholung ich komm grad erst von der Arbeit wieder Fuck Ach ja Oh ich häng im Zaun fest Oh dann erst mal dass mir das passiert User disconnected from your channel Moin Wer übernimmt Einsatzleitung Fabi hier Fabi ist unterwegs Tatüt hat er Ja Erstmal fertig machen hier Hast du Fabi gesehen? Nee noch nicht Hi Du und Elwi ist schon raus Ja ich weiß Ja ich weiß Ich fahr Dann nehm ich Erw mit Ja mach das Ich bleib hier Und was machst du? Ich bleib erst noch kurz hier Ich komm gleich nach Ich mach gleich eben alle Tore zu Ich fahr mit meinem eigenen Wagen Aaaaaaah Mach das Alter Egal Das hast du grad nicht gesehen Fabi Ich hab gar nichts gesehen Ich war nämlich gerade zu beschäftigt Ich denk mal so viele Fahrzeuge brauchen wir jetzt auch nicht an der Einsatzstelle Hey wo hast du mich hingeschubst? Dann kannst du auch mit dem Privat-Bkw kommen Ja ich fahr ja mit meinem als Gemeindebohren Bisschen verzögertes Gas hat das Fahrzeug heute Du musst nen neuen Vergaser einbauen Ja der hat auch noch nen Vergaser Der hat komplette Einspritzanlage hier Ups umdrehen umdrehen wir sind falsch Das ist schon hell wo wir meine Einsatzstelle hin User join your channel Ja das sind wir wirklich Einsatzleiter Ja ich bin am Nervenstelle jetzt Bei Feld 82 Ja Da werde ich jetzt ja auch nicht mit Martinshorn fahren müssen War Auch Oh Achso Wir haben sogar nen VKU Ich hab jetzt nur mit dem Baumbeseitigung gerechnet Ach du heilige Scheiße Hey wo ist denn hier der Einsatzseite Hallo Gelbe Weste Ja hier Guten Morgen Ja ich Achso moin Ja hier RW vor Ort Ja erstmal Fangt ihr an Freizuschneiden mit den Jungs vom LF Alles klar Gut dann AGT Aber Leute Sinnvoll freischneiden Und dann Schick mal einen von deinen Alles so mit dem Kettensiegel zur Baumbeseitigung vor Hier wo ist denn der LF Maschi Äh hier der Gruppenführer vom LF Ach hier Der Gruppenführer der LF ist grad am Baum Ach hier Ne der ist Hier vorne Hier Teil dein Jungs mal eben so ein Das die Das der Angriffstrupp da hilft Der Schlauchtrupp sich da Bei Äh da vorbereitet Auf die Personenrettung Und der Wassertrupp soll Die Person Jetzt schon mal Ähm Versorgen Okay Wollen wir noch nen RTW? Das musst du mich nicht fragen Was ist denn die Person hallo? Ähm Das Auto steht auch ein bisschen weiter vom Dings weg Warte Moment ab Hier Guckt ihr das mal Ich will gar nicht sofort mit hier reinmischen Leitstelle von Einsatzleitung Männchen 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 Ja folgendes Baub auf PKW Wie in der Einsatzmeldung Geschrieben Haben wir vorgefunden Eine Person eingeklemmt Der Person geht soweit gut Die hat kaum Schaden abbekommen Rettungswagen wird vorerst Nicht benötigt Laut Angaben der Person geht's ihr so gut Dass sie kein Rettungswagen Haben möchte Der Baum wird Gefällt Damit Also Zersägt Damit wir die Person da Rausholen können aus dem PKW Und dann Gibt's weitere Meldungen von der Einsatzstelle Ja das ist wahrscheinlich Ja das ist Thomas Pass auf Da darfst du nicht stehen Der Baum ist auch lose Ja Hast du gerade erst gesehen Hast du gerade erst gesehen Ja Der ist hier ein bisschen schlecht gerade Aber können wir schon Pass auf Gleich siehst du es besser Oh doch nicht Oh doch nicht Glück gehabt So Gut dann einmal Angestrup zu mir Ja Angestrup hier Ja gut Einmal Angestrup mit Schädel und Spreiz dazu Aber frei an der Person vor Ja Verstanden Ja Ja Gucken sie mich mal an Hallo Bleiben sie mal stehen Gucken sie mich mal bitte an Geht's ihnen gut 12 12 45 1 Von 12 55 1 kommen Lecker Geht's ihnen gut Hallo Hallo Gruppenführer LF Ich funke dich die ganze Zeit an Hallo Der Gruppenführer LF steht auf dem Baum Ich brauchst du auch noch auf dem Funkgerät dabei oder nicht Ja Ja Ich brauch einmal deine Leute Geht's ihnen gut Also Hallo 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 Wenn wir am Pkw arbeiten Hallo Hallo Schlauchdrupp ist von Hallo Hallo Ja außerdem was hast du da auf dem Baum hier Du bist Gruppenführer Thomas Was Thomas Komische Lage Äh Leitstelle von 255 1 Leitstelle hört Wir brauchen einmal einen Rettungswagen Einen verletzt Der Feuerwehrmann Äh Ja Unterm Baum eingeklemmt Ja das ist verstanden Rettungswagen wird alarmiert Wer ist denn unter Baum gewesen Der Pixel ist unter Baum eingeklemmt Ja ich hab ihn Ich hab versucht ihn hier so zu befreien Aber das ging die ganze Zeit nicht Ich war da in nem blöden Bereich zu schneiden Wenn ihr wisst was ich meine Wieso kotzt er sich eigentlich da die ganzen Gedärme aus und bleibt nicht bei euch Scheiße Was du bist scheiße Es ist scheiße Oh der Baum ist runtergekommen Ich will nicht machen Ja dann hast du dir nicht richtig gesichert Der Fabi hat den auch Ey Fabi das ist der Baum Ne der hängt noch den ich geschnitten hab Warum hast du denn ge Äh Baum geschnitten Achso Ja macht ihr mal eure Arbeit Ich guck von weitem zu Hier wie so liegen Wie Wie kommt's dass hier die Bäume so komisch liegen Warum ist hier ein Auto zwischen Wie passt das alles zusammen Nachts Bei X Faktor Nachts Um diese Uhrzeit So ein alter Gümmelgolf Gruselig Gucken was noch alles passiert Gleich kommt hinterm Rüstwagen Warte mal Ist das nicht das Auto vom Pixel Gleich kommt hinterm Rüstwagen ein Irrer mit einer Kettensäge und will alle zerfleischen oder was Ist das nicht das Auto vom Pixel Wolfsburg DE 76 Ja Ist das vielleicht Pixel Schreundin Oder Affäre Alleine Affäre Weiß ich denn nicht Musst du Pixel fragen Schieb mal bitte Warte ich schieb nicht ich warte ich baue Rüst Ich nehme Rüstwagen selber in der Warte So Oh der Rückwärtsgang funktioniert noch So warte Ey bleibt stehen Einhaken Und ich ziehe Oh Los zieh Ja ich zieh doch schon die ganze Zeit Ja ich merks doch auch Ja ich merks doch auch Ja gut reicht 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 Leuchte der Mainbook Leuchte der Mainbook Leuchte der Mainbook 255 Leuchttungswagen ist doch gerade irgendwo hier angekommen Oder Ja du kannst den woher hin Du sollst den woher hin Du sollst den woher hin Könntest du deinen Kettensägensatz absetzen Pixel So jetzt Jetzt binde ich ein Seil um dich drum rum Und zieh dich mit Hä Ja dann trage ich dich halt jetzt Hä Schön dass das alles so funktioniert wie man sich das vorstellt Aha Ja jetzt kam Pixel nicht mehr kotzen Jetzt ist es ausgekotzt Ja ich würde sagen Den Rest könnt ihr euch sicher denken wie es weitergehen wird Aufräumen für aufräumen für aufräumen Haut rein Leute Bis zum nächsten Video Ciao Und dann Bis zum nächsten Mal